Rauchen ist ein Problem. Die elektrische Zigarette hat bereits Millionen Menschen auf der Welt geholfen, vom Rauchen wegzukommen. Beim Rauchen einer Zigarette entsteht hochgiftiger Rauch. Beim Dampfen der E-Zigarette entsteht lediglich Dampf, der weit weniger schädlich ist, da keine Verbrennung stattfindet. Dies hilft vielen Millionen Rauchern, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Die Länder der EU und damit eben auch Deutschland werden nun Richtlinien für die E-Zigarette umsetzen. Neben sinnvollen Regelungen zur Produktqualität, Jugendschutz und Verbraucherschutz sind allerdings auch Vorschriften enthalten, die den Umsteigern den Weg weg von der Tabakzigarette stark erschweren. Diese hätten zur Folge, dass in Deutschland und der gesamten EU wesentlich weniger Menschen mit dem Rauchen aufhören können. Um auf diese Regelungen demokratisch Einfluss nehmen zu können, wurde eine offizielle Petition in den Deutschen Bundestag eingebracht. Diese muss bis zum 20. Januar 2016 50.000 Unterzeichner finden. Jetzt liegt es an dir, dass diese Petition noch gehört wird. Mit nur zwei Schritten kannst du auf ganz einfache Art und Weise helfen. Erstens, unterzeichne die Petition. Gehe zu www.dampfpetition.de. Hier findest du die offizielle Petition. Einfach kurz registrieren, die Bestätigungs-E-Mail anklicken und die Petition unterzeichnen. Das dauert nur drei Minuten und deine Daten werden vertraulich behandelt. Wenn du diesen Schritt tust, ist bereits sehr viel erreicht. Zweitens, teile die Aktion. Erzähle deinen Freunden von der Unterschriftenaktion und verteile den Link dampfpetition.de in den sozialen Netzwerken. Teile auch dieses Video oder sprich gezielt Leute an. Natürlich können noch Nichtdampferinnen oder Nichtdampfer mitmachen. Die E-Zigarette hat die Chance, ein besseres Leben für Millionen von Menschen zu ermöglichen. Bitte hilf mit, damit wir Gehör finden. Jede Stimme zählt. Dirk der Welt. Die E-Zigarette hat die Chance, ein besseres Leben für Millionen Menschen zu ermöglichen. Dirk der Welt. Vielen Dank.